Eins steht fest, mein bisheriger Lieblingsfilm des Jahres kommt heute vor. Hallo zusammen bei die Filmfabrik, es ist wieder Speed Day Zeit und diesmal ist sogar ein großer Blockbuster dabei. Schauen wir mal, wo er sich platziert hat, denn es gibt wieder das Ranking, was soll man auf gar keinen Fall diese Woche gucken, bis hin auf jeden Fall in 120 Sekunden alle Kino-Neustarts der Woche. Auf Platz 3 habe ich Endless Love und Endless Love, da habe ich schon in der Review gesagt, so, wenn man einen Film schon so nennt, so endlose Liebe, kann das schwierig werden, bin unvoreingenommen rein, wurde aber enttäuscht und eines Besseren belehrt, ja, der Titel ist wirklich schon Programm. Es ist einfach zu holzschnittartig, die Figuren, die agieren so wirklich so im Reißbrett, man weiß eigentlich schon 10 Minuten vorher, was werden die jetzt gleich machen. Es ist immer dasselbe, man kann es nicht wirklich ernst nehmen und romantisch ist es schon mal gar nicht. Da gab es in der letzten Zeit einfach viel schönere Vertreter, wo man auch dann gerne eine Träne verdrückt. Also Leute, die romantische Filme gerne gucken, kann ich euch in diesem Fall wirklich nur von abraten, der ist irgendwie nicht cool, dann guckt euch lieber nochmal wie ein einziger Tag oder so auf DVD an. Auf Platz 2 habe ich eine ziemlich große Blockbuster-Produktion, nämlich Return of the First Avenger Captain America, der jetzt für mich im ersten Teil nicht wirklich überzeugend war. Ich finde die Figur selber auch jetzt nicht so spannend, ist für mich so wie Superman, also die sowieso stark sind. Da passiert jetzt nicht so ultra viel, was die Charakterzeichnung anbelangt, ist aber sau unterhaltsam inszeniert, macht richtig viel Spaß, coole Action-Szenen, nettes 3D, macht also Laune, fährt einen Popcorn-Becher und der Cola dabei, da macht das Bock. Aber er ist auf gar keinen Fall so gut wie meine Eins diese Woche und das ist Her von Spike Jonze. Dieser Film ist einfach der absolute Wahnsinn, so tiefenphilosophisch geht es einfach so in den kompletten Kopf frei, man überlegt extrem viel, gleichzeitig fantastisch gefilmt, sind ganz viele tolle Aufnahmen, manchmal eben auch, wenn da nur Musik läuft, ein bisschen Slow-Mo, tolle Gegenlicht-Sachen und schauspielerisch ist das einfach wieder, ich knie nieder, das ist der Hammer. Und lohnt sich auch im Original zu schauen, weil Scarlett Johansson einfach eine Wahnsinnsstimme hat, wobei in diesem Fall auch die Synchro-Stimme fantastisch ist. Also das ist ein Film, den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, gehen bei mir persönlich mit Saving Mr. Banks so frohlockend im Hopsalauf fröhlich auf der Eins bislang für 2014 laufen und Leute, den müsst ihr schauen. Wer letzte Woche noch nicht alles gesehen hat, kann auch in Speeddate von letzter Woche schauen, vielleicht ist da ja auch noch was dabei, was ihr unbedingt gucken wollt, ihr habt es verpasst, also klickt euch rein. Wer jetzt aber sagt, so was hört, der ist so gut, möchte ich ein bisschen mehr zu erfahren, habe ich den euch hier unten verlinkt, schaut da auf jeden Fall rein, das war ja meine Nummer eins diese Woche und dann sehen wir uns gerne bald wieder bei der neuen Filmkritik, hier natürlich bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.